So, ich habe bald Geburtstag und wie kann es anders sein? Darf mein Sohn heute mein Outfit shoppen, ne? Ja! Du darfst jetzt hier im Laden irgendwas aussuchen für mich zum Geburtstag, was ich zu meinem Geburtstag anziehen soll. Okay? Okay, los! Das findest du schön? Ja! Ja? Ja, so ein Fischernetz. Gut, und wir brauchen noch eine Hose oder sowas. Die hier? Ja! Die Tasche? Ja! Okay! Das findest du hübsch? Ja! Das glitzert so schön, ne? Ja! Okay! Die hier? Ja! Also, Freunde, wenn das nicht mal wieder eine 3 Millionen von 10 ist, dann weiß ich auch nicht. Dankeschön, mein Sohn! 這些! Danke! Ciao!